Der 16. Internationale Fachkongress für Ärzte, Therapeuten, Apotheker und Druckeristen über Regulations- und Orthomolekulare Medizin findet am 10. September im Lilienberg in Ermatingen statt. Prof. Dr. Habil Ulrich Amun, Prof. Dr. Mezik und Chowasik, Prof. Dr. Elmar Wieneker und Dr. Medkurt Mosetter sind nur einige der medizinischen Hoffnungsträger, die hier über die neuesten Erkenntnisse im Bereich der Mikronährstoffmedizin referieren. Sichern Sie sich jetzt einen der limitierten Plätze und melden Sie sich unter veranstaltungen.sfgu.ch an.